Da. Da müssen wir haben. Ja. Ablau. Fällig? Hier schauen wir. Das sind aber 16 Punkte. Das war was Schönes. Und zwar ein Herz zum Besten mit. Also Herz verschenken. Na gut. Und was anderes. Ich habe noch einen Würfel. Für die Farbe aussuchen. Würfel. Die Farbe. Trotzdem hier einen feißen Würfel. Rot. Blau. Blau habe ich auch. Blau ist auch noch da. Ablau für dich. Danke schön. Ich hoffe ich weiß auch nicht. Tschüss. Guten Abend noch. Viel Spaß. Da kann man sogar den ganzen Björn gewinnen. Was heißt Björn? Wie anders als Teddybär, ne? Ja. 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 Ist auch gut. Ja. 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 Wir wollen es schon mal los. Für 3,50 Euro. Für 5,35 Euro. Für 6 Euro. Was soll man denn da mal schauen? Dann schauen wir mal. Also, jetzt hätte ich dafür eine Glibberhand, oder, das haben wir heute nicht so gezicht, das sind schon mal Würfe, ne? So, die Farbe ausdrucken, eine, eine, wir können schon was anderes haben, was ganz sinnvoll ist, was man anbrauchen kann, Live-Stücke, sogar zwei davon, dann war's gut? Dein Totkopf? Dann lassen wir uns gleich einfach abfüllen hier, den, den, den und den. Die beiden? Bitteschön. Was euch mehr gefällt, wenn ihr mal ein Blei stüttet, ist das auch gut, ne? Bitteschön. Schönen Abend noch, bis draus!